Ich habe es überlebt. Ich kann für die sprechen, die nicht sprechen können. Ich spreche nicht nur für die sechs Millionen Juden, sondern für alle Menschen, die damals umgebracht wurden. Menschen haben Menschen zu respektieren. Wir sind alle gleich. Gleich kommen wir auf diese Welt. Deshalb ist es unverständlich, dass so viele Menschen ihre Hand dafür gegeben haben, Menschen umzubringen, nicht Menschen anzuerkennen als Menschen. Seid Menschen. Das ist das Wichtigste.